Die sechsten Edition von dem Trans Danubia Klassik Tour gibt dieses Jahr den 3 auf 24. Mai gefahren. Start als die zwei Däsch um Nengauer zu munzeln bei der Robbesscheier. Ein Highlight vom Samstag ist, dass man die Sicherheit stehren wird mit den historischen Autos. Außerdem neu dieses Jahr mit ausschliesslich antiken Sachen. Wer sich interessiert für Matzefuhren, braucht weiter Info oder Detailer, dann kontaktiert Roger Heck oder Arnold Baum.